Ja, hallo wieder bei FLYFE, wir gehen jetzt diesmal in den Masked Dungeon, ne? Also, einfach mal rein, ne? Weißt du, wann wir dieses... Just wovon reingehen? Ja, so just wovon... Wollen wir Spaß haben, du? Auf jeden Fall. Ich frag mich, wann wir dieses Suche-Teil kriegen, weil ich weiß es nicht und du bist hier irgendwie noch nicht erschienen. Wo bleibst du? Bist du da? Ja, du bist da. Ich hab voll die FPS-Rugger. Der Finsternis und wir sollen den Masked Dungeon suchen. Ja, irgendwie haben wir den schon gefunden. Ja, und warum Suche jetzt nicht durch... ...gestrichen? Ich guck mal, warte. Da steht auch ein Fahrraderzeichen, okay, weiter geht's. Soll denn irgendwann mal ne Party... Hm? Keine Party, gibt weniger XP und sowas. Ehrlich? Oh, das tut mir leid. Pro XP, die Monster im Master-Nutzen geben extrem viel XP. Ja. Auf jeden Fall. Master-Nutzen bin ich immer gerne. Oh, und ich wurde gerotet. Komm, wir schreiben jetzt jeden Typ, dass er auf YouTube ist. Nein, das machen wir nicht, Junge. Oh. Der hat da Wetten schon ein Makro von erstellt. Wetten. Wetten? Der hat da Wetten... Na hey, du bist auf YouTube als Makro erstellt. Wetten? Klick da einfach mal unten... Der da unten... Der... Der klickt dann da unten einfach auf den Button und hey, du bist auf YouTube. Mache ich das wirklich auf F9? Alter, nein, lass es. Nein. Jetzt zu flamen. War ja grad zieht. Schöne. Warum geht Suche nicht weg, frage ich mich gerade. Bei mir ist es auch noch drin. Das ist so ein Fragezeichen, ist das bei mir noch, ne? Alter. Hau auf mit der Scheiße. Alter, du bist so asozial. Wetten, der Handel... Ich glaube, dass bei zwei Leuten mache ich das jetzt. Und jetzt... Sie... Jetzt tut es jetzt, wenn sie auf K, genau. Du bist so richtig asozial. Du bist so richtig asozial. Also nach dem asozial. Alles. Also, der hat ja schon in seinem Minecraft-LP, hat er ja schon gesagt, der Hartz-IVer wäre ein toller Beruf, ne? Ist es doch auch. Nein, ist es nicht. Das ist asozial. Wenn man das machen will, ne? Wir bleiben jetzt eine halbe Stunde vor der Stelle. Das Ganze... Ich habe nicht geantwortet. Die will wohl nicht mit uns schreiben. Tja. Sind wir heute nicht alle so famed wie wir. Ich bin schneller als du. Ja, aber wo ist jetzt Suche? Ich weiß es auch nicht mehr. Gehen wir bis ganz hinten. Wenn ich nochmal rausgehen. Wenn ich auf Suche Doppelding mache, dann sagt er mir irgendwo neben dem Mars-Dungeon. Ja, los. Dann gehen wir da nochmal hin. Ah, das wäre praktisch. Also im Dungeon, da kann man nebenbei auch keine Dings benutzen. Kein, ähm... Board. Was leicht uncool ist. Die Penja sind aber cool, deshalb nehmen wir die mit. Mhm. Geld geil, Geld geil, Geld geil. Spenden bitte an... Kamiya Null. Klar, ich bin... Kamiya. Kamiya. Alter, ich laufe wieder vor ne Wand. Bin ich geroutet oder was? Oder Kamiya. Alter, ich glaub... Ich bin verbuggt. Ich bin verbuggt. Ich kann nichts mehr machen. Ich stehe einfach hier in der... Ähm... Dingster, in der Wand und... Stehe hier. Äh... Roffel? Roffel? Hm. Wie krank ist das denn? Ich benutze mal einfach ein Skier. Springe ein wenig umher und sowas. Hab ich schon versucht. Die wollen mich auch nicht angreifen. Na toll. Ich würde sagen, ich porte mich nach Flares, weil es hat anders keinen Sinn. Würde ich sagen. Klar, ja. Los, auch nach Flares. Scheißdruck. Und wir haben Suchflanks geschafft. Ehrlich? Lol. Yo. So, auf nach Flares. Und? Und da ist noch eine, die Match-Ramonu ist auf YouTube. Alter, du sollst aufhören damit. Oh, du hattest das auf einmal. Alter, Alter, Alter. Da ist irgendwas läuft hier schief. Irgendwas läuft hier echt gewaltig schief. Und nebenbei kann ich mal meinen Filter endlich mal einstellen, was ich die ganze Zeit machen wollte. So. Wer ist auf YouTube? Wer ist auf YouTube? Ich? Du? Ihr? Der klingt nicht. Lol. Eigentlich seid ihr ja nicht auf YouTube, denn... Ne? Wie das? Oh mein Gott. Frap. Oh mein Gott. Gut, wir fliegen hier nochmal durch die Gegend. La di la li la. La di la li la. Da 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 da. Da 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 da. Hast du den Timer gestellt? Ja. Okay. Ich nehm dich nicht, oder? Ich bin gut noch. Okay, sehr gut. Dann gehen wir jetzt zu dem Kerl. Da di da di da. Da di da di da. Da di da di da. Hau rein. Ah, Mensch. Ja, wir können sie abgeben. Sehr schön. Und meine Musik hat wieder... Oh, klar. Lol. Hört einfach so auf. Toll. Klasse. So, und wir müssen als nächstes... Ja. Okay, ich sag den Namen jetzt nicht, weil er hat mich gerade beleidigt. So, Mutant Pfeffern King müssen wir killen und Mutant Nyang Nyang. Und der Seen Master, oh mein Gott. Mein Gott. Und was hat er... Wieso hat er dich beleidigt? Einfach so, oder wie? Ja. Ist er jetzt schuld. Also, ich hoffe mal, wir werden jetzt nicht auf YouTube geflamed. Nee, aber ich... Hier ist noch einer. Einer. Komm, noch einmal, dann was wird das auch. Alter, hör auf mit der Scheiße. Ehrlich. Was habt ihr uns antworten? Und ich bin müde. Oh, eh, ne? Nee, eigentlich nicht. Gut, und jetzt geh mal rein hier. Geh rein. Geh doch. Wo bist denn du gerade? Am Eingang vom, äh, Dingster. Also, im, links schon. Im Dungeon, aber noch am Eingang ziemlich. Ja, warte ab, kurz. Wo bist denn du? Hä? Sag mal, wo bist du? Hallo? Wo bist du? Hallo? Ja, Moment, ich... Du bist? Du... Er... Hm, ich geb grad die Suchquest ab. Hallo, Junge. Ich setz mich hier mal hin und... Nee, wir könnten ein paar Miangs schlachten. Wie... Hm? Sind alle so uncool. Wieso sind die uncool? Sind alle so uncool. Du bist uncool. Du bist uncool. Du bist so verrückt. Was? Dass ich uncool bin. Zu spät. Ich hab's schon ausgesprochen. Muss ich alle Parts suchen. Du musst jetzt zurücknehmen. Ich nehm's nicht zurück, Muraha. Oh, dann muss ich jetzt auflegen bei Skype. Klar. Weiter geht's. Dann bist du auch doof. Ich bin doof, das ist ne Tatsache. So. Wo bist du? Wo bist du, Muraha? Das gewählte Gebiet ist verdeckt, lol. Die haben ne Karte zum Mastern schon jetzt? Denn. Ja. Jetzt kommen... Musst du auch mit Premium gegen Sprechen freischalten. Ah, toll. Früher gab's die ja nicht. Und jetzt mach mal hinne hier. Meine Musik ist wieder weg, lol. Was ist hier los? Mein Gott, jetzt mach mal hin, Herr Dörner. Warum, du leid? Gegen mich alle. Weil du abogeil bist? Zufälligerweise. Ich hab's schon geschrieben, hey, du bist auf YouTube und erschreckt den Hurensohn. Das hast du's ja verdient. Und jetzt seht ihr, wie geil die Community von Flight ist. Du bist selbst schuld, Junge, ich sag es dir. Du bist selbst schuld und wir gucken jetzt unsere... Meine schwulen Haare an. Die total kacke aussehen. Okay, aber das ist genug. Das ist genug Schwulheit für heute. Ah, jetzt mach mal hinne hier, ey. Wo bist du? Ah, ich komm mal hin, Hand. Nein, Güte. Es hat... Da ist sich der YouTuber. ADHS, Junge, du hast echt ADHS. Du solltest dich mal mit dem Silence zusammentun. Hallo, Silence, wenn du das anguckst, dir, ne? So. ADHS ist eine ernstzunehmende Krankheit. Die darf man sich nicht lustig machen. Hm, tu ich aber. Ha! Doch! Das ist wichtig. So. So, wir müssen, warte mal, Mutant pfeffern und... Wir sollen erst mal machen bei diesen König, ne? Würde ich sagen. Oder? Ja. Ja. Ich hab nicht einen Bot gerade von... Ist das der Giant oder was? Nein, das ist nicht der Giant. Du siehst es gleich. Es gibt auch irgendwie so ein Gerücht, dass man... Ach, das zeig ich gleich nochmal. Das ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so von Belang. Was? Ich mach mal hier die Musik leiser. Du bist irgendwie schneller als ich, oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist auch lahm. Du bist einfach nur lahm. Wir können ja so ein Special machen, that's prank Leute. Einfach so schreiben, hey du bist auf YouTube. Äh, nein, das werden wir ganz sicherlich nicht machen. Und wir lernen mal im Schein wieder ein bisschen. Ich finde es lustig. Mach reagieren. Hm? Ich hab meinen Newton King getötet, du? Ich auch gleich, Moment. Du machst auch mehr Schaden, von daher. Ach, ach, ach. Ich bin besser. Du bist nicht besser. Und das wieder? Leider? Ich bin gezwungen, F9 zu drücken, mach's aber nicht. Du lässt das bleiben. Oder doch? Nein, das lässt du. Das kannst du nicht machen, ehrlich nicht. Wie sieht's aus mit meinem Timer? Äh, vier Minuten. Okay. Gut, das können wir annehmen. Du bist irgendwie schneller als ich, warum auch? Das liegt am Dingster. Und es gibt ein Gerücht, also ein Kumpel, der, wir haben das sogar bestätigt eigentlich. Ja, diese Newton Pfeffer, diese rote, hinter diesem Zahnrad, die hat eine sehr hohe Droprate an Moonstone. Mhm. Dann weiß ich schon alles. Ja, aber Moonstone sind nichts wert. Äh, nee. Die sind alle nichts mehr wert, irgendwie. Es hat gar nichts mehr einen Wert. Und da ist wieder die eine, die nicht geantwortet hat. Schlecht. Total unvorbildlich. So, ich gehe extra jetzt auf dieser Seite. Also, wir sind hier eine Community und dann, finde ich, sollten wir auch die Kleinen pushen. Okay, ich habe zwölf Abonnenten und Kamiro 21. Also wären das zusammen 33. Mhm. Wobei, wobei, einige von uns die gleichen sind, die einige Abonnenten. Haha. Ich kann mir nicht... Wobei, 90%... Ah, du bist verreckt. Hahaha. Lustig, lustig, lustig. Du kannst nur lachen. Haha. Ich lache mich echt kaputt. Ja, ich lache mich auch über dich kaputt. Denn ich bin doch nicht tot. Und? Ich habe die getötet. Ich muss mir jetzt Food kaufen. Ich muss auch gleich Food kaufen, denn es wird knapp. Aber ich habe noch Schokolade, aber Schokolade bringt nicht viel. Aber gut, ich bin... Das ist sowieso egal. Ich laufe lieber. Denn laufen... Ich bin ja dafür, wir rennen irgendwann mal in die PvP. Und lassen uns schlachten, oder wie? Äh. Nein, und schreiben ab. Und schreiben? Einfach, jeder, der auf YouTube sein will, soll mich anschreiben. Alter, jetzt hört mal auf mit der Scheiße. Das machst du nicht. Und dann schauen wir überhaupt nicht an Disknechtiger. Ich will aber Fame sein. Nein. Wie kommt das denn überhaupt bei den GMs, Junge? Wenn du das machst, dann... Hm? Und? Ist doch egal. Ja, mir aber nicht. Als ob es verboten wäre, Leute schreiben, dass sie auf YouTube sind. Ich schreibe Leuten, wenn sie mich anschreiben, dass sie auf YouTube sind. Und ich muss sie nicht direkt da drauf so, äh, ne? Ich aber schon. Ach, du bist echt asozial, ehrlich. Ich sag das, du... Du... Weißt du, weißt du, wenn du erwachsen bist, ne? Dann wärst du so ein richtiger Harzer, weißt du? Kann ich mir so richtig vorstellen. Das hab ich schon... Du weißt gar nicht, wie ich aussehe. Du weißt gar nicht, was ich für Schulnoten hab. Und gar nichts. Und du kannst dir trotzdem vorstellen, dass ich ein Harzer-Vierer werde. Und dann sagst du mir, dass ich Vorurteile hab. Richtig so. Richtig so, genau. Denn wie jeder weiß, Vorurteile vor Subminderung. Und was lädt uns RTL? Tja, dass RTL alles Nazis sind eigentlich, wenn wir das so, ähm, betrachten. Nein, dass Emos im Zoo leben. Alter, das geht echt geil. Ich bräuchte echt so ein Soundboard. Alter, das wär so episch. Kannst du mir dann mal auch geben. Und packen wir dann irgendwie auf die F-Tasten. Na, okay, vielleicht nicht gerade auf die F-Tasten, aber dann was weiß ich. Ich meine, irgendwie so lustig rumdrücken. So wie das Gronkh-Soundboard. Zum Beispiel. Bummsch. Ohne Kacke, ich suche das jetzt bei YouTube. Da krieg ich das immer an. Bummsch. Okay, und ich hab die Suche vergessen. Ich geh jetzt bei YouTube am Bum-Bum-Kisch. Bummsch. Und wir haben die Suche da vergessen irgendwie. Ich hab keine Ahnung, wo die ist irgendwie, wo ich die finde. Wahrscheinlich muss ich bloß genug im Mars-Danschen rumlaufen, um die zu finden. Eigentlich hab ich da gar keine Lust drauf, auf diese Suche. Weil das wird sowieso so ewig lange dauern, bis man das gefunden hat. Deshalb find ich das doof. Nein, ich will nicht 5.000 Euro... ... eure Probleme mit YouTube pro Tag machen. Ich will das Bum-Bum-Kisch hören. Oh Mann. Joa, es ist auch halt Bum-Bum-Kisch. Und ich will jetzt wissen, wo ich hier hin muss, wo ich dieses Suche finde. Hm. Und ich will jetzt Bum-Bum-Kisch suchen und... Steht das hier irgendwo? Wie heißt das denn? Schlagzeug? Zeug? Keine Ahnung. Kack. Also ich suche ja immer noch... Let's upload this beast! Uuuuuh. Weichte Bescheid, ne? Dein Part ist zu Ende. Ah, okay. Also, Leute, haut rein. Das nächste Mal sehen wir uns bei Flyfe, ne? Und, äh, ne? Haut rein. Tschööö. Also, wenn wir uns bei Flife mitfüllen. Und dann geben wir uns bei horizontalem she teaspoons. Ich vermute bei A&os und support ich an der andere finalement ... Diagnose, unter das hier ist登방 strategic für Inter POLBふuchs.